Hallo, ja, wie ihr seht bin ich heute mit Video hier. Also ja, ich habe eine Videofunktion in meiner Digicam entdeckt und mich würde jetzt mal interessieren, wie die Qualität ist, sowohl vom Bild als auch vom Ton. Und ich dachte mir, ich lasse das einfach mal von euch bewerten und dann schauen wir mal. Gleich wird nochmal das gleiche Video laufen, mit dem Versuch, das Rauschen entfernt zu haben. Bis dahin, tschüss. Oh Gott, fantastisch. Hallo, ja, wie ihr seht bin ich heute mit Video hier. Also ja, ich habe eine Videofunktion in meiner Digicam entdeckt und mich würde jetzt mal interessieren, wie die Qualität ist, sowohl vom Bild als auch vom Ton. Und ich dachte mir, ich lasse das einfach mal von euch bewerten und dann schauen wir mal. Gleich wird nochmal das gleiche Video laufen, mit dem Versuch, das Rauschen entfernt zu haben. Bis dahin, tschüss. Oh Gott. Fantastisch.